Hi Beauties und herzlich willkommen zurück zum Glow Beauty ABC. Ich freue mich so riesig, dass ihr wieder dabei seid. Für euch habe ich heute schon den 22. Buchstaben des Alphabets mitgebracht und das ist V. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und doch sind wir ganz bald durch mit unserem Beauty ABC. Aber Friends, das Thema von heute wird euch vom Hocker hauen, denn V steht bei uns für Volume Lashes. Und Freunde, was gibt es Besseres auf dieser Erde als schöne lange Wimpern, als Volumen, als Fake Lashes? Wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt gerne dran. Aber bevor wir rein starten, vergesst nicht, diesem Video einen dicken Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr nichts mehr von unserem Glowcon Channel verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal mit Glocke und dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und jetzt könnt ihr gerne so nah dran an mir bleiben, damit ihr auch keinen Schritt übersehen könnt, wie ihr zu richtig schönen Wimpern kommt. Und da starten wir erstmal mit den Spinnmeinchen, die uns Mutter Natur gegeben hat. Um unsere natürlichen Wimpern länger zu kriegen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel benutzt ihr eine Wimpernzange, um eure Wimpern, die ihr jetzt habt, so ein bisschen zu curren, ein bisschen Volumen reinzubringen und sie ein bisschen zu strecken. Und schreibt mir gleich gerne in die Kommentare rein, was für Wimpern ihr von Natur aus habt. Eher helle, dunkle, lange. Slay, ich freue mich schon, eure Kommentare durchzulesen. Ich benutze die Wimpernzange von Eberlin. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ihr kennt vielleicht auch schon den Trick, dass man das Gummi erhitzt mit dem Föhn, um die Wimpern, wie Haare, mit Hitze so ein bisschen besser steilen zu können. Ganz vorsichtig, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Wir wollen unsere Wimpern nicht zerstören, nicht rausreißen. Deswegen konzentrieren, nicht niesen. Aber ich fühle mich ohne Wimpern wie ein Nacktmoll. Juhu, das sieht aus wie so ein Horrorfilm. Also ganz vorsichtig ein bisschen Druck ausüben. Sie so ein bisschen formen. Und dieser Step ist toll, um unsere Wimpern vor der Wimperntusche noch ein bisschen größer zu machen, damit sie nach der Wimperntusche noch größer werden. So, meine Wimpern sind braun, deswegen sieht man das nicht so stark. Aber meine Wimpern sind jetzt nach oben gecurlt. Falls ihr nicht wisst, was ein Lash Primer ist, das hier ist von Trend It Up, die Lash Foundation. Das ist eine Base, die hier hat zum Beispiel eine Hautfarbe. Gibt es aber auch in weiß und transparent. Wir haben hier pflegende Butter drin und wir haben hier Mikrohärchen drin, die unsere natürlichen Wimpern so ein bisschen verlängern. Damit tusche ich mir jetzt wie gewohnt die Wimpern. Yes, das gibt mir Volumen, seht ihr das? Und ich liebe es, meine unteren Wimpern zu tuschen, besonders bei starken Augenmakeups. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, aber der krassere Unterschied kommt jetzt. Und zwar probiere ich mit euch jetzt die Super Charged Mascara von Trend It Up, die Pro Curl aus. Die Mascara hat ein wunderschön gebogenes Bürstchen, das ist mein persönlicher Favorit. Super spannend, was ist eure liebste Mascara? Muss sie wasserfest sein oder nicht? Oder welches Bürstchen muss dran sein? Alle Produkte, die ich in diesem Video benutze, findet ihr natürlich in der Infobox drinnen. So, und jetzt bin ich super gespannt. Ich tusche jetzt die Seite mit dem Primer, mit der Mascara. Und meine Taktik ist immer Wiggle, Wiggle, Wiggle und Pull. Äh, jetzt kommt das eklige Mascara-Gesicht, was jeder macht. Äh, äh, äh. Ich mag gebogene Bürstchen sehr gerne für meinen unteren Wimpernkranz, um hier an alle Wimpern zu kommen. Und das sieht für viele wahrscheinlich zu spinnbeinig aus. Mir ist das im Endeffekt egal, weil ich falsche Wimpern trage. Aber mein Trick ist es, mit der Mascara oder einem Spoolie die Wimpernherrchen ein bisschen zu trennen. So viel zum Thema natürliche Wimpern. Ich bin ganz ehrlich, so ein Finish erzähle ich eher selten. Ihr seht auch, dass diese Wimpern vielleicht so ein bisschen klein für meinen sehr hoch ausgeblendeten Lidschatten-Look aussehen. Und hier noch ein kleiner Tipp von mir. Das Blending des Lidschattens spielt auch eine kleine Rolle, wie groß oder klein eure Wimpern wirken. Wenn ich meinen Lidschatten bis hier oben ausblende und einen krassen Cut-Crease-Look mache und die Cut-Crease ein bisschen höher setze, dann wirken meine Wimpern ziemlich klein. Und dann brauche ich auch solche Federvorhänge vor meinen Augen, um das Ganze auszugleichen. Federvorhänge sind voll mein Style. Ich liebe Federvorhänge vor den Augen. Also das ist mal ganz interessant darauf zu achten, wenn man sich die Augen schminkt, wenn man sich mal ein bisschen krasser schminkt. Und jetzt kommt der allerbeste Part am ganzen Schminken. Ich liebe falsche Wimpern so, so sehr. Ich finde es so cool, wenn andere Leute ihre natürlichen Wimpern feiern und damit krasse Looks, Cut-Creases tragen können. Ich kann es leider nicht. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr falsche Wimpern richtig aufklebt, dass sie nicht trashy aussehen und euer Wimpernband schön kaschiert ist und eure Wimpern, euer Wimpernkranz voll wirken. Und dafür brauchen wir erstmal Eyeliner. Ich finde diese beiden Eyeliner hier toll. Das sind zwei flüssige Eyeliner. Einmal vom 183 Days den Swing Liner in Black und den Super Last Eyeliner von Essence in Waterproof. Dann ziehe ich mir nicht unbedingt einen super, super dicken Eyeliner. Ich persönlich mag eher ein Dünnliner, einfach um mein Wimpernbändchen gleich zu kaschieren. Und jetzt, wenn ich falsche Wimpern aufklebe, sieht man das Bändchen nicht mehr so stark. Und jetzt kommen wir zum besten Part des ganzen Make-Up Games und zwar Wimpern aufkleben. Äh, ich habe euch ein paar Melody Lashes mitgebracht. Das hier ist der Style Sexy Lee. Und so ein Style von Wimpern ist mein absoluter Favorite, wenn die so ein bisschen gefächert sind. Oh, so pretty. Ich persönlich trage meine Wimpern ohne Wimpernzange auf. Das könnt ihr gerne machen, wenn euch das leichter fällt. Ihr könnt sie auch mit der Wimpernzange rausnehmen, damit ihr sie nicht kaputt macht. Ich entferne ganz vorsichtig eine Wimper aus dem Packaging. Uh, hello Lash. Jetzt bin ich nur gespannt, wie sie auf meinem Auge aussehen. Ich benutze von Catrice den Lash Glue. Ihr könnt auch schwarzen Wimpernkleber nehmen. Ich habe geschaut und die Melody Lash ist gar nicht so übertrieben lang. Bei meinen Humongous Augenlidern brauche ich das nicht so wirklich. Aber, wenn euch eine Wimper zu groß ist, dann nehmt ihr euch eine Nagelschere. Ganz fein und vorsichtig. Dann könnt ihr erstmal diese Plastikdinger hier vorne abschneiden. Und dann kürzt ihr die Wimper einfach hier an der kürzesten Stelle, weil sonst haut ihr euch das ganze Volumen von hinten weg. So, bevor ich eine Wimper aufklebe, massiere ich noch so ein bisschen das Wimpernbändchen. Dann sind die nicht so steif. Und dann setze ich mir die einfach drauf. Setzt euch einen Abend hin, nehmt eure Wimpern, klebt sie paar Mal auf. Nach drei, vier Malen hat sich die Wimper auch an eure Augenform gewöhnt, so ein bisschen. Und dann sitzt ihr einfach viel besser und dann geht das immer schneller. Und dann drücke ich die Wimper so ein bisschen mit meinen Fingerspitzen zusammen. Aber ganz vorsichtig, weil es kommt so ein bisschen Mascara und vielleicht so ein bisschen Liner an eure Finger. Und damit wollen wir den Lidschattenlook nicht zerstören. Und die Wimpern, die euch vielleicht ins Auge stechen, so ein bisschen nach oben drücken. Hier an der Seite ist es immer gefährlich mit den Wimpern. So, und dann nehmt ihr euch noch ein bisschen Liner und dann versucht ihr, das Wimpernbändchen noch so ein bisschen mit Eyeliner anzumalen. Und jetzt sieht das Ganze viel besser verschmolzen miteinander aus. Aber jetzt fehlt noch ein entscheidender Step. Und zwar das Wimpernbändchen hier mit Eyeliner oder Kajal verdichten. Und das ist ein sehr unangenehmer Schritt. Aber das sind die Feinheiten im Endeffekt, wenn man Close-Ups macht. Das ist selbst für mich eine harte Aufgabe und viel Konzentration, damit ich eben bei nahen Shots vom Auge oder bei Events sehr gut aussehe. Und keine kahlen Stellen hier durchgucken. Und das hier Beauties sind meine krassen Volume Lashes. Step by Step habe ich euch gezeigt, wie ihr richtig falsche Wimpern aufkleben könnt und wie ihr eure natürlichen Wimpern in Bestform bringen könnt. Yes, I know. Ich habe mit dem Eyeliner ein bisschen verkackt. Und hier ein Tipp an euch. Einfach Glitzer drüber und es merkt kein Schwein mehr. Oh, ich finde die Melody Lashes so, so schön. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video so ein paar Tipps und Tricks rausnehmen, wie ihr euer Lash Game ins nächste Level katapultieren könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, diesem Video einen dicken Daumen nach oben zu geben. Und schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr falsche Wimpern gerne tragt und wie ihr das Endergebnis so findet. Vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps für mich oder für unsere Community. Dann teilt das sehr gerne in den Kommentaren und können wir so ein bisschen schreiben. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, vergesst nicht, unseren Glowcon Channel mit Glocke zu abonnieren, damit ihr bei der nächsten Folge vom Glow Beauty ABC wieder dabei seid. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.